Ich sag jetzt einmal, einfach so aufs Prinzip, grüß dich, Seeleron-Prozessor. Ihhh, weggeschmissene Pentiums. Wie will denn sowas? Äh, und Jamaika-Transporter sucht auch gerne noch Partnerfirmen. Das mal dazu noch schnell. Ich guck mal, wir haben was vergessen, weil man muss ja nicht in der Lackbierung fahren, zum Beispiel. Falsch, ich war bei Jamaika. So, bei Jamaika, da hast du ganz schnell was verpasst. Ja, hast du was verpasst, genau. Da hast du wirklich was verpasst, das warst du gar nicht in der Lackbierung. Weißt du, seit Riders fressen wir schon noch an, als wären wir so ne Scheiß-Firmen. Ja, ja, fasschreit. Jamaika hat seit letzter Woche festes Firmen-Skin, also das ist Pflicht. Noch einer von RR? Okay, ich glaub ich bin wieder rumgeflägt. Äh... Warum zukommen wir die? Aber Flo, du weißt doch, wie es bei uns gehamt hat, das Mensch. Das ist ein bisschen wüsst. 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 Komm mal. Ey, mach ja genau. Linja. Warte. Fahrer? Linja. Also, du weißt doch, wie es bei uns gehamt hat, das Mensch. Außerdem bist du Geschäftsführung. Ja, das heißt, du darfst einfach rauszuholen, wo du wüsst. Nein, bitte. Ich bekomme Boris heute einfach mit Firmen-Lackierungen. Ja, das ist ja logisch. 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 Also, wenn unsere Fahrer zusammenfahren, sollen wir uns in die gleiche Lackierung fahren. Das ist ja logisch. Ja, sehr logisch. Was macht sie denn jetzt? Übt sich eigentlich im Gefängnis. Ben, du weißt doch ganz genau, wieso das nicht passiert. Du solltest nicht passieren. Für andere kannst du mal Gas geben. Weil... Du die? Ja? In welche Richtung fahren wir jetzt? Richtung Bremen. Richtung Bremen, genau. Aus Bremen bin ich immer da raus, ne? Von Richtung Kroningen. Nein, lass zur Zeit. Da bleibst du immer steht und warten wir irgendwann wieder zusammen. Bei zehn Zuschauer durchgehen, das ist doch richtig geil. Das ist echt Hammer. Danke fürs Zuschauen. Es ist richtig. Hast du dafür Geld bezahlt, dass die zugucken oder was? Ja, natürlich. Ich hab hier zehn PCs am Laufen. Na klar, Kroni kann sich doch sonst keine Zuschauer gönnen. Oh, nee. Oh, DS Marvin. Oh, DS Marvin wurde gebannt. Oh, oh. Xerion2001, danke dir für dein Follow. Oh, DS Marvin. Okay. Xerion. Ich glaub, das gibt ein Gespräch mit der Geschäftsleitung. Ich würde auch mal sagen so. Ja, das auf jeden Fall. Ein weiterer Verlust bei der DS. Ihr habt ja genug, also von daher. 1073 total. Da, wenn einer gebannt ist, kann ich für schlimm. Ihr habt ja genug. Wenn einer mal gebannt ist, stört es bei DS gar nicht. Ne. Xerion. Wir sind da links, ne. Der HD. 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 G. Daniel, ist gut. Ja, ist gut. Neid, wie viel seid ihr bei DS? Über 100. 1071, hat er das klar gesagt. Ja, aber da wird's schon kniffelig, ne. Weil über 1000 Leuten, wenn einer gebannt wird, das wird schon hart. Das sind Registrierte. Korni, Klappe. Aktuell sind wir bei DS. Über 1000 Spieler, die da alle zu managen hier. Das glaub ich nicht, dass ihr über 1000 seid. Okay, letzten Sommer wart ihr noch 500. Ich hab zum Beispiel auch noch den Fond gehört. Ich wollte zwar damals sagen, nein, so und blablabla. Ja. Aber ich glaub ich hab immer noch den weg. Seid ihr schon noch bei 28? Ähm, ja Richtung Bremen. Leute, ich geh jetzt aufladen, sorry. Jo. Okay. Warte mal, tschüss. Ja, dann geh ich auch. Tschüss. Ich hab immer noch mal CDL. Ich glaub da... Ich würd grad sagen, einen Kevin weniger, aber der geht ja nur schlafen. Boah, Sven, du bist richtig böse. Das wäre die Welt besser geworden. Na ja. Das ist ACDL für euch doch ein Name. Was? Katze? 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 ACDL? Äh, rumlos raus, da. Ähm. Serio, danke dir noch für'n Follow. Ähm, darf ich aber gerade ganz kurz bitte? Jo. Ähm, die Leute von DS, lasst uns mal einen kleinen Tucken bitte gleich vorziehen. Ähm. Ihr wollt vorziehen? Bis hinter den Abfahrten. Von Bremen, bitte. Alles klar. Darf ich ganz kurz den Follower begrüßen? Nein. Ich hab hier so'n Block-King neben mir stehen. Blocker-King. Blocker-King. Der gehört zu uns. Ah. Bin kennengelernt. Kann ich weiterfragen. So, hat noch irgendeine, irgendwelche Fragen? Ne, glaub nicht. Äh, ist noch einer von dir. Ja. Wie lange brauchen wir noch? Wie lange wir brauchen bis Groningen? Also sind ungefähr 300 Kilometer noch. Maximum eine halbe Stunde. Also ungefähr vier bis sieben Stunden. Also ungefähr vier bis sieben Stunden. Okay. Okay. Darf ich ganz kurz? Leon-Sky will kommen in der kleine Simulier-Armee. Oh Gott. Was denn? Peinlich. Dass jemand besser wird einfallen. Na, das hab ich... Das hab ich... Das hab ich kopiert und geklaut. Ja, hab ich mir doch gemischt. Ja, ja. Willkommen bei den Simulieren oder was weiß ich. Wann denn bitte... Ne. Ja, ich bin noch nicht dazugekommen. Da muss ich mir was, was Knalligeres überlegen. Was irgendwas mit... Irgendwas einschließt. Was Perverses. Ähm... Ne. Das kommt bei den Schwänzen. Ne, das kann ich nicht, Briggas.